Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute geht es um die Frage Saft oder Fruchtfleisch. Immer wieder werde ich gefragt, ob es nicht ungesund ist, dass ich die Fasern aus meinem Obst durch das Entsaften quasi entferne, wenn ich mir eben frische Säfte mache. Es gibt ja verschiedene Einwände gegen das Entsaften, wie zum Beispiel die Auffassung, dass dadurch auch Nährstoffe entfernt werden, dass es sowas wie eine Art unnatürlicher Vorgang ist zu entsaften, weil ja das ganzheitliche Nahrungsmittel damit praktisch zerstört wird und in seiner Wirkung vielleicht minimiert und so weiter. Und der Anthony Williams sagt aber dazu, dass das Gegenteil der Fall ist. Also nur die Menschen, die verarbeitete Nahrungsmittel essen, bekommen vielleicht nicht genug Ballaststoffe, also durch diese Fasern eben in ihrer Nahrung. Selbst wenn man eine Standardernährung isst, nimmt man noch eine gewisse Menge von diesen Ballaststoffen auf und fast niemand, also ganz wenige Menschen nur, haben tatsächlich da einen großen Mangel. Der Grund für die Sorge um die fehlenden Ballaststoffe ist oft, dass viele Menschen unter Verstopfung leiden. Der Grund dafür sind aber nicht die fehlenden Ballaststoffe, sondern der Grund ist Entzündung. Und die wiederum entsteht durch Krankheitserreger, die sich von Dingen wie Käse, Eier, Gluten und so weiter ernähren. Ihr kennt das ja. Nehmen wir zum Beispiel Vollkornbrot. Das ist voller Ballaststoffe. Aber eben leider auch voller Gluten. Und Gluten füttert Viren und unproduktive Bakterien, die Entzündung im Darm hervorrufen, was es dann schwierig machen kann, auf die Toilette zu gehen. Dann versucht man vielleicht, mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Das ist aber nicht der wirkliche Punkt. Wir bekommen genug Fasern und Ballaststoffe. Es geht vielmehr darum, die Nahrungsmittel auszuwählen, die keine Erreger füttern, die dann die Schleimhäute des Darms schädigen. Wenn also jemand seine Ernährung in Richtung mehr Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse etc. umstellt, dann sind die enthaltenen Ballaststoffe auf die eine oder andere Art hilfreich. Was aber noch viel hilfreicher ist, ist die Tatsache, dass auf diese Weise nicht mehr so viel Raum ist für andere Nahrungsmittel, die ansonsten eben schädliche Viren und Bakterien füttern würden. Und das Weglassen dieser Nahrungsmittel ist der Schlüssel zu guter Darmgesundheit. Einer der Schlüssel zu guter Darmgesundheit. Ballaststoffe haben auch mit der Magensäure nichts zu tun, auch wenn das manchmal angenommen wird. Beinahe jeder hat heute zu wenig Salzsäure im Magen und damit Verdauungsprobleme. Aber die Ballaststoffe sind hier keine Lösung. Sie können Proteine nicht aufbrechen und verdauen. Auch Fett können sie nicht aufbrechen und verdauen. Dafür brauchen wir Galle. Und auch hier sind bei den meisten Menschen die Reserven zu gering, was mit den geschwächten Lebern der Menschen zu tun hat. Das wiederum hat mit den No-Foods zu tun, die die Krankheitserreger füttern, die in der Leber leben, im Magen und Darm. Zum Beispiel E. coli, Streptokokken und so weiter. Als Resultat können diese dann nämlich Geschwüre hervorrufen, die aber dann nichts mit einem Mangel an Fasern oder Ballaststoffen zu tun haben, sondern sie entstehen, weil durch schlechte Nahrung Pathogene gefüttert werden. Wie ist es nun mit der peristaltischen Bewegung? Kommt die durch Ballaststoffe? Nicht notwendigerweise. Unser zentrales Nervensystem ruft die peristaltischen Bewegungen hervor. Signale aus dem Gehirn in den Dünndarm bewegen die Nahrung durch unseren Körper. Unabhängig davon, wie viele Ballaststoffe die Nahrung enthält. Die Ursache für die Verstopfung ist also nicht an sich ein Mangel an Ballaststoffen. Trotzdem kann man sich Ballaststoffe zunutze machen, wenn man erst einmal unter Verstopfung leidet. Aber die Ursache für die nicht funktionierende Verdauung war nicht ein Mangel an Ballaststoffen. Das wahre Problem sind eben No-Foods wie Eier, Gluten und so weiter und auch Schwermetalle, denen wir ausgesetzt sind. Denn diese No-Foods und Toxine schwächen die Fähigkeit des zentralen Nervensystems, mit unserem Verdauungstrakt zu kommunizieren und füttern wie gesagt Pathogene wie Streptokokken, E. coli und diverse Pilze. Ein weiterer Punkt, und auch das kennt ihr ja schon, ist die Fettmenge, weil zu viel Fett mit der Zeit die Leber schwächt, sodass weniger Galle gebildet wird. Und dann endet es damit, dass Menschen sich Ballaststoffe zu Hilfe nehmen müssen, um ihre Nahrung besser durch den Körper bewegen zu können. Das führt dann dazu, dass wir schon seit längerer Zeit Ballaststoffe auf ein Podest heben. Obwohl wir eigentlich die schlechten Viren und Bakterien und damit Entzündung im Darm loswerden müssten, die Leber heilen und so weiter, um die eigentlichen Ursachen zu beseitigen. Und so werden Menschen kränker und kränker mit ihren Darmproblemen. Und wie heilen wir nun diese Darmprobleme? Mit einer Technik, die so oft abgeschrieben wird. Entsaften als Medizin. Ein häufiges Argument dagegen ist das der Verschwendung der Fasern oder des Fruchtfleisches. Ihr wisst ja nun schon, dass wir grundsätzlich keinen Mangel an Fasern an Ballaststoffen leiden. Und diese sind darüber hinaus auch nicht der wertvollste Teil einer Frucht, eines Gemüses oder von Kräutern. Außerdem, was die Verschwendung angeht, wenn wir ganze Früchte oder Gemüse essen, scheidet unser Körper diese Fasern sowieso wieder aus. So ist das gedacht. Sie bleiben nicht im Körper. Wir denken nun einfach nicht darüber nach. Wenn wir aber selbst entsaften, dann sehen wir ja, wie der Trester immer mehr und mehr wird und haben vielleicht leichter das Gefühl von Verschwendung. Aber diese Reste tun unserem Planeten nicht weh. Wir können sie sogar kompostieren und so wieder verwenden. Verschwendung passiert an vielen Stellen unseres Lebens, wo wir sie nur einfach nicht sehen. Je mehr wir aber unsere Nahrung selbst herstellen, sehen wir die Schalen, Reste, den Trester und so weiter. Es ist aber eine Illusion zu denken, dass wir so mehr Müll produzieren, mehr verschwenden. Was ist mit dem ganzen Müll, der durch die Produktion von Lebensmitteln entstanden ist, die wir fertig in unseren Einkaufswagen legen? In diesem Punkt braucht man sich also in keiner Weise schuldig zu fühlen, obwohl es ein häufig gemachter Vorwurf ist, den auch ich schon mehr als einmal gehört habe. Die Art von Abfall beim Entsaften ist ein harmloses Nebenprodukt, eines Prozesses, bei dem medizinische Extrakte hergestellt werden, die Menschen bei ihrer Heilung unterstützen, sodass letztlich unsere Welt gerettet werden kann. Und übrigens werden Kaffeetrinker zum Beispiel nicht in derselben Weise angegriffen, obwohl da ja auch mehr als genug Kaffeesatz übrig bleibt. Es ist wichtig, dass wir Menschen respektieren, die ihre Küche mit frischen Früchten, Gemüse und Kräutern zum Entsaften füllen. Hier geht es darum, dass der Körper genau das bekommt, was er zum Überleben braucht. Es geht um das Verhindern und Heilen von Krankheiten. Die wahre Verschwendung wäre, wenn wir keine frischen, heilenden Säfte konsumieren würden, weil wir in einer Philosophie oder Theorie gefangen bleiben. Wie ist es nun mit den Nährstoffen? Enthalten die Fasern Nährstoffe, die uns durch das Entsaften verloren gehen? Die Fasern enthalten nur Nährstoffe, die von ihnen getrennt werden können. Und das heißt also, nein, wir verpassen nichts durch das Entsaften, ganz im Gegenteil. Wären diese Nährstoffe von den Fasern nicht zu trennen, könnten wir sie ja sowieso nicht aufnehmen. Nur wenn sie von den Fasern gelöst werden, bekommen wir Zugang zu ihnen und profitieren von ihnen. Angenommen, in einem Labor werden die Nährstoffe einer pflanzlichen Nahrung analysiert. Das heißt nicht, dass unser Körper von ihnen allen profitiert. Sie sind nutzlos, wenn sie in den Fasern verbleiben und unser Körper sie nicht leicht extrahieren kann. Tatsächlich verstecken sich manche Nährstoffe in den Fasern, die man zwar im Labor eventuell extrahieren und für medizinische Zwecke nutzen kann, was unser Körper aber nicht immer selbst kann. Essen wir also Salat, Sellerie, Tomaten oder ähnliches, dann bekommen wir viele Nährstoffe. Die Nährstoffe, die unser Körper leicht von der Faser trennen kann. Er kann aber nicht alle Nährstoffe erreichen und assimilieren, denn unsere Körper, das erfahren wir unter anderem von Anthony William, sind heute auf vielfache Weise geschwächt. Die Fasern machen es nicht einfacher. Der Körper braucht Hilfe. Hilfe von einer Maschine, die die wertvollen Mineralien, Enzyme, Antioxidantien usw. extrahiert, die wir nicht auf anderem Weg bekommen können. Wir reden hier wirklich speziell über Säfte, nicht über Smoothies. Unser stockender Verdauungstrakt kann sogar schon damit Schwierigkeiten haben, die Nährstoffe in einem gemixten Smoothie gut zu nutzen, weil die Fasern noch dabei sind. Auch wenn Smoothies eine wichtige Stellung im Heilungsprozess haben, als alleiniger Ansatz wird das zu wenig sein. Wir müssen Säfte extrahieren, um separate Medizin herzustellen. Erinnert euch, sehr wahrscheinlich bekommt ihr genug Ballaststoffe aus eurer Ernährung. Selbst wenn ihr Ballaststoffe zusätzlich nutzt, um den Darm besser in Bewegung zu bringen, lasst das bitte nicht das Entsaften in den Schatten stellen. Frische Säfte sind einer der Schlüssel, um unseren Darm und gesamten Verdauungstrakt zu reparieren. Selbst für Menschen, die jetzt denken, sie haben einen sehr gesunden Darm und brauchen keine zusätzliche Hilfe, selbst für diese Menschen gilt, auch sie profitieren vom Entsaften und beugen späteren Schwierigkeiten in diesem Bereich vor. Unsere Körper sollten keine riesigen Mengen an Ballaststoffen verarbeiten müssen. Nicht bei all den Dingen, denen wir uns heute in dieser Welt gegenüber sehen, wie niemals zuvor. Entsaften ist hier ein entscheidender Weg, proaktiv zu sein. Fasern sind eigentlich dafür da, eine Frucht oder ein Gemüse zusammenzuhalten. Das ist ihr Sinn und Zweck. Fasern geben quasi ein Skelett und eine Form, sodass die Pflanze auf dem Feld, auf dem sie wächst, die Sonne gut aufnehmen kann. Sie sind da als Struktur, um die Pflanzenzellen zusammenzuhalten. Die saftigen Pflanzenzellen, die die wahren Nährstoffe enthalten. Die Fasern sind nicht da, um uns zu helfen, auf die Toilette gehen zu können. Es ist eher so, dass das eben ein Vorteil ist, der sich ergeben kann für Menschen, die ihre wahren Gesundheitsprobleme aber ignorieren, wenn sie keine anderen Maßnahmen treffen. Die besten Ernährungsberater empfehlen heute Ballaststoffe, ohne wirklich zu wissen, was tatsächlich die Ursachen der Probleme sind. Das ist keine Herabwürdigung dieser bemühten Menschen. Bei Darmbewegungen geht es um so viel mehr als um Ballaststoffe. Es ist alles ein symbiotischer Prozess, bei dem die Leber beteiligt ist, der Magen, der Darm, das Nervensystem. Und wahre Heilung bedeutet, sich um all diese zu kümmern, auf eine Art, die uns nie gelehrt wurde. Wenn ihr also einen Mangel an Fasern fürchtet, wenn ihr täglich einen Saft trinkt, diese Sorge könnt ihr nun loslassen. Entsaften ist lebensrettende Medizin. Unsere Lebensspanne wird verkürzt, wenn wir es nicht nutzen. Ja, all diese Informationen könnt ihr noch ausführlicher nachlesen in Anthony Williams' Buch Heile dich selbst, wo ihr auch Reinigungskuren beschrieben findet, bei denen natürlich das Entsaften ein wichtiger Bestandteil ist. Also was mich jetzt selber angeht, ist es so, dass meine täglichen Säfte, die verändern sich immer so ein bisschen. Was immer dabei ist, ist natürlich der Selleriesaft. Je nachdem, wie viel Sellerie ich habe, ein halber Liter aufwärts. Und fast immer dabei, wenn ich sie bekomme, das ist eigentlich fast immer der Fall, ist Wassermelone. Da trinke ich auch in etwa einen halben Liter. Und im Moment trinke ich noch Gurkensaft und ich habe auch gerade wieder meine Liebe zu Orangensaft entdeckt. Wenn ich ihn, ich habe, es gibt so ein bestimmtes Geschäft, wo ich den immer bekomme, da kaufe ich mir eigentlich dann immer so einen Liter. Und also von der Menge her bewegt sich das also bei diesen Säften, die im Moment eben Mono-Säfte sind. Das mag ich gerade etwas lieber. Meistens um einen halben Liter pro Saft, kann aber auch mal mehr sein oder auch weniger, wenn ich nicht so viel habe. Und ich merke, dass ich mich energiegeladener fühle mit Säften, als wenn ich andere Nahrung zu mir nehme. Und ich kann euch vielleicht noch erzählen, dass ich gestern am Abend mit der Monisa ein Gespräch hatte. Es war ein Folgetermin für meine Tochter, die bei Monisa in Behandlung ist. Und bei Anna war das so, dass sie jetzt gerade eine Woche im Urlaub war, wo sie auf ganz hochalpin in den Bergen unterwegs war, wo es wirklich dann nur noch Hütten gibt. Und das hieß auch, dass sie eben das erste Mal seit längerer Zeit, obwohl sie auch immer noch wieder Symptome hat, hat sie eben wirklich diese Woche lang No-Foods gegessen. Also dort war nicht einmal vegan möglich. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, weil sie einfach, sie ist 19 und sie liebt es, das zu machen. Und wir hatten, ich hatte das Gefühl, ihr Körper wird das irgendwie hinkriegen. Und sie hat halt einfach diese Woche No-Foods gegessen. Und jetzt hat uns da gestern Abend die Monisa auch noch einmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig eben es ist, dass sie sich jetzt auch in nächster Zeit wieder gut hydriert, dass sie wirklich ihre Säfte auch mitnimmt, wenn sie morgens wohin muss. Und hat dann im Besonderen nochmal gesagt, das fand ich interessant, ich habe das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass sie jetzt viel Gurkensaft trinken soll, damit sie, weil Gurkensaft die No-Foods speziell gut aus dem Körper rausspült. Und ja, was dann dazu geführt hat, dass wir uns kurz vor Tores Schluss gestern Abend noch ins Auto gesetzt haben. Ich habe Anna mit, damit wir irgendwie mehr tragen können und ich eine Riesenmenge Gurken und auch noch nochmal mehr anderes Obst, also herangeschleppt habe. Wer von euch diese Ernährung auch macht, weiß ja, was man da für Massen irgendwie heranschleppt. Wahrscheinlich ist es gescheiter, man bestellt sich das dann irgendwann mal irgendwo, das habe ich noch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber auf jeden Fall, das mit den Gurken fand ich nochmal einen super Tipp. Also falls ihr auch mal daneben haut oder wie immer ich das nennen soll, also wenn ihr halt mal No-Foods esst oder so und habt das Gefühl, boah, ich habe doch die ganze Zeit so super gegessen und jetzt habe ich das gegessen. Ist natürlich kein Freifahrtschein, aber wenn es denn irgendwie, wenn es so war und wenn man dem vielleicht was entgegensetzen möchte, dann presst euch doch Gurkensaft. Also ich habe gestern, man braucht ganz schön viel Gurken. Ich habe gestern für Anna pro Saft drei Gurken gebraucht. Und es hat dann so einen guten halben Liter gegeben. Ja, also ich bin jetzt auch wieder ein bisschen noch motivierter, mehr Säfte zu machen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sommer und bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017